Parshat, herzlich willkommen zu Screenshots Fired. Danke, Jan. Ich schenk dir nix. Ich auch nicht. Ich gewinn. Das denkst du. Screenshots Fired ist das lustige Ratespiel, bei dem sich unsere AutorInnen in die Tiefen ihrer privaten Screenshot-Ordner begeben müssen. Zwei SpielerInnen treten in ein Duell. Jeder beschreibt einen Screenshot und eine ausgedachte Lüge. Die Gegenspielerin hat 20 Sekunden Zeit zu erraten, welcher Screenshot der echte ist. Liegt die Person richtig, wird ein Punkt vergeben. Liegt die Person falsch, bekommt die Gegenspielerin einen Punkt. Das ist Screenshots Fired. Gib mal mal ein Screenshot. Du fängst an. Ladies first. Gib mal. Winner first. Ich studiere, während du vorliest, deine Mimik, deine Gestik, um herauszufinden, was gelogen ist und was nicht. Du weißt ja, ich bin sehr aktiv auf TikTok. Du bist sehr aktiv. Ich bin nicht auf TikTok. Auf TikTok gibt es sehr viel krankere Scheiße an. Also wirklich vor allem während des Lockdowns, da gab es so viele kranke Challenges. Ja, ist es ein TikTok-Mädchen, das eine Klobrille in einem Flugzeug ableckt? Oder ist es ein TikTok-Opa, der auf einem Traktor mit den Füßen raucht? Eine Klobrille in einem Flugzeug? Während der Corona-Pandemie habe ich davon gehört, dass sie solche Challenges gemacht haben. Aber Flugzeuge sind nicht geflogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also eine Klobrille, ja, aber ich glaube nicht in einem Flugzeug, weil die flogen nicht, sind nicht geflogen. Deswegen nehme ich den Opa und den Traktor. Es ist die Coronavirus-Challenge. Da ging es auch so weit, dass die gesagt haben, man solle doch bitte einfach generell öffentliche Toilettenklobrillen ablecken. Dann überleg mal, warum die Leute mich fragen, warum ich es hasse, einen Teil von Generation Z zu sein. Deswegen, Mann! Deswegen! Pass auf, jetzt kommt's. Es geht um eine Schlagzeile, die ich gescreenshottet habe. Ist es ein falscher Hitler, der einen rechten Politiker reinlegt oder ein echter Alexander Gauland, der einen falschen Hund streichelt? Zwei. Ein echter Alexander Gauland, der einen falschen Hund streichelt? Nee, ist falsch. Es ist ein falscher Hitler, der einen rechten Politiker reinlegt. Das ist original 15 Jahre alt oder sowas. Guck mal. Das war damals meine erste Bildschlagzeile. Ich habe die einfach abgespeichert, weil ich das so geil fand. Der Typ ist natürlich ein Vollidiot, aber ich bin den ganzen Tag mit dem Mittlerbart rumgelaufen und es war erstaunlich, wie Leute das einfach angenommen haben. Und das ist völlig so, ja, okay, ein bisschen weird. Ja, ich wurde angesprochen von Leuten, die gesagt haben, weiter so, keep on rocking, wir schafften es noch mal. Dein Ernst? Nee, ich wurde angesprochen schon, aber es war jetzt nicht so, dass einer sich da in den Weg gestellt hat und gesagt hat, hör mal auf mit dem Scheiß. Und das war ein echter Bart, das war wirklich, ich habe mir so ein richtig Bart stehen lassen und dann habe ich das alles abrasiert. Und das ist wirklich mega. Ach, das ist ein echter Bart. Das ist ein echter Bart. Das ist nicht aufgekläst, das ist mein echter Bart. Ach du Kacke. Ich bin wirklich einen Tag mit dem Mittlerbart rumgelaufen. Ey, du machst manchmal Sachen. Ja, also das war wirklich hart an der Grenze. Aber Punkt für mich, sag ich mal so. Scheiße. Okay, ich muss jetzt nachlegen. Ist es der DJ Salvatore Ganacci als Fußmensch bearbeitet oder ein zerlaufender Fuß von Salvador Dali? Salvatore Ganacci? Irgendwas ist, der Name klingt schon fake. Ich würde sagen, es ist einfach, weil du den Fuß zum ersten Mal gesehen hast und hast gedacht, das war toll, lustig mit dem zerlaufenden Fuß von Dali. Das speichere ich mir mal. Das ist ja ein cooles, freshes Meme. Nummer zwei sagst du? Du fällst echt auf diese einfachsten Lügendinger rein. Wer ist denn Salvatore Ganacci? Das ist der lustigste DJ auf diesem Planeten. Das ist so ein Songbild. Weißt du, wie er auf Festivals auftritt? Der macht Moves, der dreht mal das Ding leise und sagt, ihr seid dran. Hey, ho, auf einer Mainstage. Das ist so, der Typ nimmt seinen Job nicht so ernst, deswegen liebe ich ihn auch so sehr. Salvatore Ganacci. Punkt für mich. Ja. Janis läuft scheiße für dich. Ich trinke jetzt erstmal was, um dich auch zu vorsichern und Zeit zu schicken. Ist es Elon Musk geblackfaced auf einer Halloween-Party oder Mark Zuckerberg gewhitefaced mit weißer Sonnencreme im Gesicht auf einem Surfbrett im Meer? Bitte sag mir Mark Zuckerberg. Bitte sag mir Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg mit weißem Gesicht. So haben sich früher die richtig coolen Kinder in der Schule eingecremt. Immer nochmal so extra mit so einem Buttermesser nochmal die Sonnencreme ins Gesicht. Ich hab den gar nicht erkannt. Der sieht aus wie mein zweijähriger Neffe, der von mir eingecremt wird. Weißt du? Der hat einen Knackarsch, der Zuckerberg. Muss ich mal kurz erwähnen. Der hat Knackarsch. Dieser Mann beherrscht die Welt. Ja. Gib mal ganz kurz das Bild, bitte. Ja, ich würde es nicht wegen des Knackarsches machen, sondern wegen der Kohle, ganz ehrlich. Der hat einfach einen Bubble Butt. Mark Zuckerberg hat einen Bubble Butt. Okay, next one. Ähm, Jan. Ist es. Schauen das Schaf, das einen Menschen überfährt? Oder ein Foto, auf dem ich aussehe, wie Bernd das Brot? So ganz kleinen Armen und kleinen Beinen und grimmig gucken. Bernd das Brot? Bernd das Brot? Nö, du zuckst nicht mit ihm. Schauen das Schaf überfährt einen Menschen? In echt? Oder als... Guck mal das Bild an. Guck mal das Bild, ist der Mensch... Guck mal das Bild an. Halb Karikatur, halb Bearbeitung. Da sind so viele kleine Sticker Gifs alles dabei. Ich würde sagen, es ist schon das Schaf, der einen Menschen überfährt. Äh! Weißt du, ich habe gerade Reverse Psychology? Kennst du... Ich hasse Bernd das Brot über alles. Also ich finde, das ist das Schrecklichste, was sich ein Kunstmensch für Cartoon oder Serien überhaupt ausgeht hat. Der hat mir Angst gemacht als Kind. Ich hatte Angst vor Bernd das Brot. Ich wollte den nicht sehen. Der ist ein riesen Star in Erfurt. Der wäre da fast Bürgermeister geworden. Unverständlich. Ich check's nicht. Ich schlaf manchmal ein bei KiKA und wach auf, wenn Bernd das Brot in dieser komischen Nachtschleife kommt. Nein! Guck dir mal die Augen an. Kennst du die Bernd und Brot in der Nachtschleife? Wenn bei KiKA das Kinderprogramm zu Ende ist, hat ja Bernd das Brot 24 Stunden bis es morgens wieder losgeht. Oder zwölf Stunden bis es morgens wieder losgeht. Nur Bernd das Brot. Nee, möchte ich nicht mehr. Ja, Punkt für dich. Ja, hab gut gelogen, sei ehrlich. Ist es ein böses Foto von Jesus und Mike Tyson oder ein freundliches Selfie von Jesus und Mike Krüger? Ist es ein böses Foto von Jesus und Mike Tyson und ein freundliches Selfie von Jesus und Mike Krüger? Was ist das für eine Situation, in der Jesus und Mike Krüger sich irgendwo begegnen und dann beide sich dazu einigen, dass es eine geile Idee ist, mal ein Selfie zu machen? 100% echt? Ja, 100% echt. Geil. Mike Krüger und Jesus. Sehr süß. Jesus. Feier ich sehr. Okay, Punkt für dich. Normal. Das ist ein Foto, das würde ich mir auch als Poster oder als Gemälde machen. Das auch. Vier mal fünf Meter. Okay. Was denkst du, Jan? Was google ich so, wenn ich Hacke bin, 3 Uhr nachts? Ist es eine Google-Recherche von mir, bei der ich so rumgoogle, wie viel schmerzwert skalamäßig ein Tritt in die Eier ist? Oder google ich den Schärfegrad der Chicken Nuggets Soße von Robin Schulz? Was? Ich hoffe das letzte, weil das interessiert mich sehr. Wie scharf ist der Schärfegrad der Soße von Robin Schulz? Und? Nee. Nee. Eier Tritt. Natürlich google ich. Das interessiert mich 3 Uhr nachts. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ernsthaft? Doch. Diese Frage werden wir nie zwischen Mann und Frau klären können. Wenn wir jetzt zwei Typen wären, würden wir ja auf jeden Fall, ey, auf jeden Fall 9000 der locker. So richtig weird, wenn ich sage, ja, ja, safe bro, safe. Ey, aber es handelt sich jetzt um ein Kinderbuch, das ich als Kind vorgelesen bekommen habe sehr oft und auch irgendwann selbst gelesen habe. Ich bin gespannt, was du so bekommst. Handelt es sich um ein Kinderbuch über einen extrem dünnen Knödel mit Soße oder einen dicken, fetten Pfannkuchen mit einem freundlichen Gesicht? Ich glaube, der dünne Knödel. Nee, das ist falsch. Oh Scheiße. Dicke pferde Pfannkuchen. Bliefst dein. Ich will die fregen. Es handelt von einem Pfannkuchen, der durch die Gegend läuft und immer an jedem Wegesrand von irgendwem gefressen wird. Und der quasselt sich da raus, der kleine Schlepp. Geh mal. Geh mal kurz. Geh mal. Also, beide extrem gruselig. Ja. Also, einfach beide die nette Zeit. Ey, ohne Scheiß. Das ist ja Bernd das Brotvorläufer. Was haben die mit dem ganzen Teig und Teig aus Teig-Comic-Figuren machen? Ach, also, das ist scheiße. War das dein Lieblingsbuch? Es war offensichtlich eine meiner Lieblingsbücher, tatsächlich. Du hattest keine Angst vor dem? Doch, ich fand's traumatisierend und einschneidend, weil der Pfannkuchen eben dieses Gesicht auch hatte und auch innen drin war ein Bilderbuch. Und diese kleinen Stummeln, die haben mich dann, oh Gott, jetzt fällt mir das auf. Wir haben beide ähnliche Ängste. Einmal will ich deinen Kopf haben, einen Tag nur. Wissen, was da abgeht. In meinem Kopf ist immer was los. Aber in meinem Kopf und auch in der Realität habe ich gewonnen, oder? Oder? Demütigende Hinleitung, wie demütigend. Ich dachte, jetzt kommt eine Pointe, aber das war nur demütigend von dir. Ja. Demütig. Ich hole den Sieg nach Frankfurt. Auf, macht Spaß. Parshat hat gewonnen beim Screenshot-Duell. Screenshots feiert. Ja, das ist aber auch unfair. Warum ist das jetzt unfair? Weil ich Kelle gewinnen soll. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, was du davon jetzt kaufen kannst? Nichts. Egal. Einmal kann ich sagen, ich habe gegen Jan Böhmermann bei einem Spiel gewonnen. Ja, gleich. Ich bin auch draußen. Nur wir zwei ohne Messer. Oh. Oh.